Mein Name ist Brigitte Neumeyer und ich kandidiere in Eichhacht für ein Stadtrat auf der Bürgermeisterliste. Ich bin verwitwet, habe zwei Söhne und wohne im Stadtteil Unterwittelsbach. Ich bin Kastellanin im Schloss, im Sissi-Schloss in Eichhacht, dem ganz berühmten Schloss und setze mich für die Zukunft und auch natürlich für die Vergangenheit Eichhachts ein. Mir ist das große Ganze wichtig für Eichhacht. Beginnt natürlich bei den kleinsten Bürgern, unseren Kinder-, Garten- und Hortkindern und natürlich unsere Senioren müssen einen zufriedenen Lebensabend in Eichhacht verbringen dürfen. Ich wünsche mir für Eichhacht ein gesundes Wachstum, dass Eichhacht meine Heimatstadt, dass Eichhacht bleibt und ihren Charakter nicht verliert. Mein Name ist Brigitte Neumeyer, ich kandidiere für den Eichhacht-Stadtrat auf der Bürgermeisterliste und dafür benötige ich Ihre Stimme. Noch wichtiger ist, gehen Sie wählen, gehen Sie demokratisch wählen, denn das ist gut für Eichhacht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017